So, ich habe folgendes gemacht, ich habe offline mal gekehlt, doch nicht, ist neulich da. Ach nö. Äh, warte mal. Oh, 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 oh. Okay, war es das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Oder ist hier noch irgendwo was? Oh, oh. Das sieht interessant aus. Hacken. Kann man hier hacken? Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Verstehe ich es nicht. Ja, ich sehe dein Symbol. Aber was muss ich machen mit dem Ding? Achso. Der weckt mich doch am Arsch. Ich darf nicht komplett drauf drücken. Was ist jetzt? Ecke und zerstört die Kielanheizung. Die wird jetzt irgendwie abholen oder was? Generator und Kühleinheit sind offen. Erdruxiert. Der sollte sich hoffen. Da kannst du reinfeuern. Bekämpfeuer mit Feuer. Tut mir leid. Bekämpfeuer mit Feuer. Ja, da oben. Da oben. Na ja. Voll kompensiert, Alter. Musst mir erst mal wissen, wie wird das hier gewollt. Ich werde es auf jeden Fall ein bisschen zusammenschneiden. Wir sind von den Blauen. Wir mögen keinen, äh, umweltschädigen Sachen. Habt die Explosion gehört? Die Luft wird schon wieder besser. Sehr schön. Circa oben bei Feuerpando war. Hey, hallo. Hörst du mich? Nö. Bin bei den anderen. Wir haben den Knall gehört. Alles okay? Hab das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Eine große Blume. Die anderen sind ganz aufgeregt. Aber ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Ach, scheiße. Bist du dort? Siehst du die Schmetterlinge? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Freude ihnen. Wo bin ich? Mach die mit dem Abpflücken, alter. Wie ist das denn nochmal? Ich hab gar kein... Regen hier nicht angezeigt. Regen? Wieso wird das manchmal nicht angezeigt, dieses Ding? Welche Schmetterlinge soll ich denn folgen? Wo hab ich dein Frage selber gemacht? Dass ich rein, ich bin, ich bin. Ah. Ja? Das ist toll. Was? Das ist toll. Ah. Ich bin. was weitet er von mir ich glaube ich sammle hier ein bisschen dann sehen wir uns gleich wieder bis dann so wir sind wieder back und check mal was abgeht soll ja fahr aber ich weiß nicht also ist ein bisschen durcheinander das war so ein stock kommt man noch mal was wir da an ressourcen gesammelt haben aber die der rest der adi kriegt auch noch ihr fett weg weg was darf es heute sein geht das ist schnell so ja das ist natürlich sehr krass hier das lasst dich nicht zerstückeln sammeln aber war die werke der werkzeug die werkzeugtanz hier sieht ich gerne um ich habe schon jetzt gar nichts ist ja auch alles was gut auf dich auch da kommt man das hier einfach mit da war diese werkbank stürmt warte wir gehen mal hier wir dürfen erst ruhen wenn es keine adi mehr auf pandora es ist meine war in so leck hat auf waren aber was verkaufte da keine haus ist das ist aber wo ist denn jetzt und wird mir nix jetzt angezeigt auch wieder auf die map oder sonst wo das ist hier nicht eine werkbank ja gut haben wir schon hergestellt ah nee okay wir können das jetzt machen 23 schaden ist solide nice auslösten beginn der herstellung was geht da da heißt ein hier her ihr wird und aber steht da beginn der herstellung Scheiße, wir brauchen Moos und Fasern, das ist mal ein besseren Punkt, aber was muss ich jetzt machen? Trifft Tailen und die anderen Sauntou an der Spitze der Klippe, achso, na toll. Ja, dann sehen wir uns dort, bis gleich. So, keine Ahnung, wo ich hier bin, ich bin irgendwo, ach ne, bin ich jetzt nicht. Ach nein, wir sind wieder hier, alter, was sind jetzt hier für Leute? Aber hier kann man kochen, habe ich gesehen. Ist bestimmt besser. Kannst du da so Rezepte machen oder was? Ist ja wie bei Zelda. Das ist kacke, oder? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ah, okay, das gibt aber Energie. Was ist jetzt hier? Was ist das hier? Ich hatte ein Ei. Nimm ich das hier und das hier. Was gibt das? Ich hatte ein Ei heute schon. Das sieht irgendwie so ekelhaft aus. Die kochen ein bisschen, ne? Ah, das gibt immer irgendwas. Fruchtige Eier. Mhm. Super. Was, wenn ich jetzt Fleisch und Fleisch nehme? Kommt ein Fleischomelett raus. Der Zauberkästchen einfach. Das sieht aus wie Hamburger auf dem Spieß. Ähm. Mann. So. Mann. So. Mann. Jetzt koch mal. Oh, okay. Obstsalat. Ja. So sieht immer mein Obstsalat aus. So, okay. Ich glaub mehr können wir nicht machen. Haben wir vier Stück gemacht. So, jetzt müssen wir hier noch kaputt machen. Nein. Äh. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ich hab jetzt auch ein paar Viecher getötet, aber irgendwie. Stoffbeut ist auch voll. Tja. Das, äh. Wird nix, ne? Und das hab ich jetzt auch irgendwie ein bisschen verstanden. Also, wir müssen. Hier, müssen wir. Immer da, wo es keinen Widerstand gibt. Ich hab grad ein bisschen den Widerstand aus, äh. Aus, äh. Pegeln. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Shit, Alter. Shit, shit, shit. Was ist das? Oh nein. Da ist's. Oh nein. Da ist's. Wie? WC Gas. Und das kannst du ja bei, bei allem machen, ne? So trocken ist es aber. Warte mal. Was ist das Vieh? Was? Oh, Gallienkla... Was ist das, ey? Geil, die Kapsel? Nee. Gibt's so viel zu erforschen? Weiß ich gar nicht. So, hier muss man wieder ziehen. Ja. Jetzt hier auch. Perfekt. Oh, da kommt's Vieh. Loll. Gibt's. Äh. Äh. Das ist das Läsbische. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. stirbt an verblutung nice also nicht nice aber da liegt es da liegt das schöne fisch ich habe auch ein paar von den kleinen kaputt gemacht ist wieder das was wir brauchen aber eigentlich muss gar nicht mehr warum wir nicht tadellos was soll das ich verstehe aber nicht was ich wo ich hin muss das war der tade los müssen wir ein bisschen dran wackeln irgendwie ich verstehe aber nicht wo ich hin muss es ist mir ein rätsel davon haben wir genug dran ziehen ist ja was zum essen das ist das was wir gekocht haben jetzt so gut durchgerannt kelbys bin ich denn ach da so was das für ein rotes signal hier oh mein gott wie schön ich will es haben nein ich will es haben das wasser sie auch mega schön aus hier ist ja was moose artiges das brauchen wir nämlich so war voll sogar mal gucken aha aha das hier warte mal kann man sich irgendwie verbessern ah nee es ging ja nur über das ding ne was haben wir hier ich kann auch noch was mit kosmetik machen könnten das nehmen oder das aber schwimmt das ja nicht wie sieht das aus ja kommt das geht schon ich habe mich aber gar nicht so viel gesammelt oder generell immer so voll wie man nehmen kann das war echt scheiße wo bin ich hier nordwestig ich weiß gar nicht wo nordwestig von dem ding ist das ist jetzt da so ungefähr hier oder wie ich habe keine ahnung wir können marker setzen aber man weiß nie wo genau die quest ist trifft talen und die anderen saranto an der spitze der klippe ja die ja Geiler wäre, wenn man fliehen könnte, ne? Oh, ich bin vorgelandet. Ich habe noch gar keinen Feischern bekommen. Nein, man kann gar nichts mehr sammeln, das ist ja voll kacke. Was ist das? T-Tetra-Beton. Aha. Guck mal denn da runter, da. Da einfach hier ins Wasser springen, oder? Glaubst du nicht, dass das Wasser so tief ist? Weiß ich nicht, was, wie man vorgeht hier. Ich bin echt überfragt manchmal. So, der ist ein Hammer-Titan. Vielleicht gibt es auch Wasser-Fiecher. Also, im Prinzip, die aus Avatar 2, glaub nicht, nein. Aber scheiße, echt nicht, wo ich hingehen müsste. Ich bin letztes Mal noch zu westlich gegangen, aber was ist das für ein Feuer? Äh. Was ist das? Ist das gefährlich? Hallo? Schlammkriecher. Fisch. Okay. Interessant. Okay, hier sind die Ressourcen. Ressourcen. Cool. Aber... Ist hier kein Feind? Wie ist das denn? Der packt es aber nur ein... Oh, so. L1. Der Lekomio, alter. Oh, was bin ich denn jetzt? Hey. Ich bin aber da durchgegangen. Schrotflinte. Schrotflinte. No way. Wir haben eine Schrotflinte. Oder willst du die noch herstellen? Ich glaub die musst du noch herstellen, ne? was sonst war es oder ist hier noch irgendwas komischer ort einfach so ein kleiner Stützpunkt aber eigentlich was gutem das Ziel ist aber ein bisschen komisch ja gut jetzt haben wir eine Tankungsanlage geguckt und jetzt nordwestlich der Pleutomarion Turms Echo ich verstehe es nicht kommt woher ich bin ist da 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 schön die klippe komm ich mal da kann man sich da dran bin komm ich denn da oben Was macht die da oben da? Das ist halt schon ein bisschen falsch an. Ah, 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 ah. Ja, das hier könnte noch ein Weg sein. Wenn man hier noch weiter geht. Ob das der richtige Weg ist? So. Ja, das sieht richtig aus. Ja, nee, ist klar. Ja, was passiert hier denn? Hier oben, mach schnell! Jo, was geht? Kompats, endlich geht's weiter. Die Blume, die sich nur für Sarintu öffnet, um Ewa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Ewa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur, vielleicht ist das ja giftig, oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Ewa tut uns nichts. Mörsa hat vor Ewa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja, gleichzeitig. Ewa! Ewa, meine Brüder! Jetzt sind wir auf dem Trip.